hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von coffee talk gut alles die folge habe ich euch ja noch wieder vorgelesen und jetzt werde ich das abschließen das ist wie gesagt durch die zwei sachen hier anhand dieser striche sieht man wie das an sieht das kürzer wird immer größer also ist immer weniger text jetzt also schaffe ich das jetzt hier noch vorzulesen in dieser folge und vielleicht ein bisschen wieder vom spiel zu zeigen aber ich wollte es wie gesagt jetzt doch so machen hätte ich das am anfang gewusst dass ich hier das hier habe ich habe ihn hier nicht noch mal geguckt bei dem hier vor allem gleich steht es ja jetzt aktiv tägliche kurzgeschichten naja gut das wusste ich halt nicht deshalb nicht mehr drauf geachtet weil hier guck mal ich nur hier hier und hier mal hier das habe ich gar nicht mehr darauf geachtet dass es das auch noch gibt aber gut so teil zwei das passiert beim nächsten treffen zwischen romio und julia nicht als romio sie sieht weiß er dass etwas nicht stimmt und danach jedes mal wenn er sie trifft fühlt er sich unwohl fast ängstlich unser held hat vor vielen dingen keine angst aber er kann nicht erklären welches gefühl sie ihm gibt als ob sie von einer wilden kraftvollen aura umgeben wäre die ihn davon abhält sich ihr zu nähern es dauert ein paar tage bis was auch immer es ist nachlässt als dieses gefühl von gefahr er nicht nachlässt weiß romio dass er den mut hat sich ihr zu nähern erwartet bis am ende eines abendkurses als beide gerade nach hause gehen wollen mein smartphone eine nachricht da lassen hat jetzt schules bist du auf dem heimweg lass mich dich nach hause fahren nein schon okay ich nehme einfach einen uber ich musste etwas sagen ihr ausdruck verwandelt sich schnell in einen romio noch nie zuvor gesehen hatte eine unbequem aussehende mischung aus glück trauer und wut er weiß nicht wie er es nennen soll schaut ihn an worum geht es geht um ach weißt du die sache die ich dir vor ein paar monaten gesagt habe das leichte lächeln dass er sah als er zum ersten mal seine gefühle gestand kehrt in ihr gesicht zurück okay er lasst uns eine ruhe gedreht ich kenne einen guten ort zum reden julia gibt noch mal den weg vor und sie plattern nebenbei um die zwischenzeit zu füllen wie sie ihr ziel erreicht einen großen dunklen leeren park ich wusste nicht dass es hier eine park gibt du weißt nichts wo mir was das gesagt du schaust dir game of thrones nicht an sie schaut ihn an als ob die memes im internet sie schaut ihn an all die memes im internet romeo guter punkt nach game of thrones habe ich ja gerne google ich muss sagen die letzte staffel hat mir auch gefallen auch wenn die bisschen ja kann man sich streit mit dem ende wenn man ehrlich ist stimmt schon naja unsere helden unsere helden klettert über das verschlossene tor nehmen langsam die verschlungenen wege wie sie eine bank finden und eine unausgesprochene entscheidung lässt sie beide zur gleichen zeit hinsetzen zu diesem zeitpunkt ist es fast mitternacht die fahrt war lang und es war langsamer als sonst gefahren er war langsamer gefahren als sonst gefahren ihre gemeinsame zeit zu verlängern der himmel ist hell mit sternen während der vollmund groß am himmel hängt eine warme und sanfte brise bringt den duft von feuchter erde und grünen dingen mit sich und weit entfernte der wolken reizen mit der vorstellung vom regen es ist denkt sich romeo perfekt als ob gott der park vor diesen moment geschaffen hätte also sagt julia und senkt ihren blick vor den leuchtenden sternen über ihnen um seinen augen zu bewegen worüber willst du mit mir reden und romeo denkt sich was soll's und springt direkt ins költe wasser ich hab dir gesagt dass ich dich mag erinnerst du dich ja es war eine lüge ihre augen verengern sich was meinst du damit vorsichtig liebe romeo du solltest nicht mit dem herzen einer frau spielen ich mag dich immer noch ich habe nie aufgehört dich zu mögen und jeden tag mag ich dich mehr ich glaube nicht dass ich einen tag länger leben kann ohne dir zu sagen was ich fühle oh ich weiß sein mund öffnet sich und er blinzelt schnell er dachte nicht dass sie das sagen würde was ist das so offensichtlich nein aber es war irgendwie leicht zu erraten also ja das ist das ist alles und weißt du was ich dir zum ersten mal gesagt sagte wie ich mich fühle dachte ich es würde mir helfen meine kopf frei zu kommen ich wollte es aber seitdem erfolgt mich diese entscheidung warum wollte ich das ich denke an dich und ich will dich sehen ich sehe dich und ich will mit dir reden er fährt fort legt all die dinge offen die er die letzten wochen gedacht hat und endet in einem leidenschaftlichen appell ich weiß es wird wahrscheinlich nicht gut enden aber ich will bei dir sein ich will dass wir es versuchen Julia nimmt seine hand und drückt sie spürt das zittern in seinen fingern und ignoriert es Romeo ich mag dich beginnt sie und sein herzplatzfass ich mag dich sehr und das nicht nur als freund aber du weißt dass es mit unseren hintergründen und unserer familien vor uns unmöglich ist zusammen zu sein ich weiß Julia ich weiß ich weiß und dennoch wann immer ich mit dir rede fühle ich mich so glücklich und so verängstigt warum hast du Angst weil ich nichts sagen will was dich dazu bringt mich nicht mehr zu mögen ich möchte für dich perfekt sein auch wenn es sich anfühlt als könnte ich nur ein nur alle meine Fehler zeigen hey niemand ist perfekt sie sitzen einen Moment lang still und halten immer noch händchen Romeo starrt auf ihre verfluchtenden finger während Julia zusieht wie die Brise durch die Bäume weht es fühlt sich immer noch seltsam an sinniert unsere Heldin fast für sich allein du hast mir gesagt dass du mich magst und ich dachte es könnte nie funktionieren und dann hast du das gleiche gesagt und ich war irgendwie enttäuscht und jetzt sagst du mir ich sollte Spielregeln vergessen und ich bin diejenige die sagt dass sie wichtig sind oh sag nichts ich weiß nicht einmal woher das alles kommt du magst mich was du magst nicht was ich mag ich mag nicht was du magst und bitte lass mich nicht mit der Tatsache anfangen dass dein Lieblingsbuch das Schlimmste ist was ich je gelesen habe oh du meinst The Secret ja oh mein Gott bitte lass uns jetzt nicht darüber reden ok sie kippt den Kopf zurück und so lacht und Robi erinnert sich dass ich dieses Lachen mal gehasst hatte ok lass uns nicht darüber reden aber wenn du weißt dass unsere Beziehung nicht gut laufen wird warum sagst du mir dann immer wieder was du fühlst warum versuchst du nicht mich zu vergessen ich habe es versucht seufzt er und drückt ihre Hand sanft aber jedes Gespräch mit dir erinnert mich daran dass du mir so viel bedeutest du hörst nicht Explosions in the Sky aber du bist das woran ich denke wenn ich die Musik höre du spielst keine Videospiele aber mit dir würde ich am liebsten spielen wenn ich ein Multiplayer-Spiel spiele wir beten zu verschiedenen Göttern aber dein Gesicht ist was erscheint wenn ich für eine gute Zukunft später Julia sagt nichts sie schaut ihm einfach in die Augen während sie alles hört was er seit langem in seinem Kopf und in seinem Herzen hat davor dachte ich immer das wenn ich mich in jemanden verliebt habe das eine Person sein würde mit der ich alt werden würde will ich mit dir alt werden? nein nicht wirklich aber will ich mit dir zusammen sein? in diesem Moment? in einem ewigen Limbus in einer Entelschleife dieser Stunde für immer? verdammt ja! weder Romeo noch Julia spricht noch eine Weile danach sie starren sich einfach immer wieder rein sie wissen nicht was es ist aber sie fühlen dass etwas seltsames etwas magisches zwischen ihnen geschieht ein zartes Ding der sich in der Luft um sie herum dreht jung und so zerbrechlich liebst du mich? fragt Julia leise ich bin mir nicht sicher antwortet Romeo aber wenn es keine Liebe ist dann weiß ich nicht was Liebe sonst wäre aber wenn du mich liebst warum willst du nicht mit mir alt werden? weil es nur Liebe ist du bist ein Spinner ich weiß nicht warum ich mich jemals in dich verliebt habe sagt Julia in diesem Moment spürt Romeo Freude in seinem Herzen ein Tsunami des Külix der durch seinen Körper fegt und alle Steine zerstört die seit so vielen Monaten auf seinem Herzen liegen aber dann schlägt die Realität so plötzlich ein wie die Freude alles geschieht in einem einzigen Augenblick in nur einem Moment fühlt Romeo das größte Glück und die größte Traurigkeit die er je in seinem Leben empfunden hat hey ich bin es vielleicht nicht wert dass du alles opferst vor allem deine Familie aber wenn die Liebe wirklich so besonders ist dann gibt sie uns vielleicht eine weitere Chance zusammen zu sein jedoch vielleicht nur in einem anderen Leben wenn wir beide Katzen sind sagt Romeo war das hast du gerade Vanilla Sky zitiert ich kann nicht glauben dass du das getan hast da hast du was verrücktes gesagt du weißt dass ich diesen Film hasse es ist ein großartiger Film wie zum Teufel konnte ich mich wieder an dich verlieben beide fangen an zu lachen bis das ganze Lachen ein einfaches Lächeln übergeht ein einfaches schönes Lächeln auf ihren Lippen das eine tiefere Bedeutung hat nur für sie beide ich liebe dich sagt Romeo ich liebe dich auch denke ich antwortet Julia sie sitzen jetzt näher zusammen und halten Händchen Julia legt ihren Kopf auf ist es das wert fragt sie im Moment genau in diesem Moment ist es das absolut wert aber ob dieses Gefühl im Laufe der Zeit anhalten wird wenn mehr Leute davon erfahren ich weiß nicht Julia seufzt leise das Leben ist manchmal scheiße das Leben ist die meiste Zeit scheiße deshalb möchte ich dass dieser Moment ewig dauert wenn das überhaupt möglich ist ich muss erinnern mich an das lief in Rammstein ohne dich ohne dich kann ich nicht sein ohne dich zähle ich die Stunden und so weiter und so fort ja ohne dich zähle ich die Stunden mit dir stehen die Sekunden ohne dich kann ich nicht sein ohne dich ach das ist auch ein schönes Lied von dem Text es ist möglich wie ihr es glaubt hat dir das dieses seltsame Buch beigebracht lacht Romeo halt die Klappe Julia antwortet und kneift ihm in die Hand sie schweigen wieder vor eine Weile ey küss mich die Worte kommen von Julia Romeo weiß nicht wirklich wie er darauf reagieren soll warum fragt er ich habe Leute sagen hören dass ein Kuss eine magische Sache ist es kann die Zeit anhalten oder dich in einem Moment in die Zukunft führen hm habe ich auch gehört ich fand es aber immer albern die Situation in der wir stecken ist auch ziemlich albern weißt du gutes Argument sagt er also also sie stochen sich an hält sie sich annähernd schließen sie die Augen wehen sich ihre Lippen zum ersten Mal berühren ist es das seltsamste Gefühl das beide je gefühlt haben alles fühlt sich so magisch an es fühlt sich an als ob als ob als ob die Zeit stehen geblieben wäre nur für sie als ob sich als ob sie sich in einer Endlosschleife von genau diesem Moment befinden so und der letzte Teil Romeo wird mit einem Keuchen wachen sein Verstand dreht sich bereits während er noch versucht das Geschehen zu verstehen war es nur ein Traum fragt er sich man für eine Zeile ihm liebe Leber liebe Leserschaft es ist noch im Halbschlaf er hat noch keine Ahnung wie oder wann er nach Hause gekommen ist aber er trägt immer noch die Kleidung von gestern und durchlebt jetzt das ungewaschene unbequeme Gefühl das beim Aufwachen mit gestriger Kleidung entsteht dann erinnert er sich Julia was ist mit ihr passiert er verschwült Decken und Taschen bis er sein Handy findet und schreibt ihr sofort er wird es nicht zugeben wollen wird sich durch den Schleier der Panik kaum erinnern können aber er verbringt die nächsten 14 bis 10 Sekunden damit es anzustochen bis es in seiner Hand vibriert und er es auf dem Boden fallen ist Romeo Julia Stimme wird durch den Teppich gedämpft aber er denkt nicht dass er jemals so erleichtert war sie zu hören wo bist du geht es dir gut mir geht es gut was ist mit dir ich bin okay ich bin wir müssen reden etwas ist passiert Romeo öffnet seinen Mund um zuzustimmen bevor er überhaupt merkt wie er sich fühlt seine Gefühle haben ihn schon so lange belastet dass er gar nicht merkt dass sich etwas verändert hat bis Julia es angesprochen hatte aufzuwachen war schon länger schwer aber heute heute fühlt es sich anders an heute fühlt es sich gut als Romeo im Café ankommt ist Julia schon da sie wartet während er einen Amerikaner bestellt geduldig ihren Orangensaft schlürfend bis er sich zu ihr setzt so Romeo sagt als er sich gegenüber von Julia hinsetzt was ist letzte Nacht passiert sie zockt mit den Achseln schüttelt den Kopf aus ehrlicher Verwirrung heraus ja ich bin mir nicht sicher aber ich fühlte mich irgendwie leicht als ich heute Morgen aufwachte ja ja das ist die richtige Art es zu beschreiben ich fühle mich als ob ein Teil von mir fehlt sie nickt zustimmt und ist eine Zeit lang ruhig Julia spielt mit ihrem Plastikstrohhalm äh Papierstrohhalm Plastikstrohhalm hat man ja verboten jetzt gibt es ja wirklich Papierstrohhalme teilweise er schmilzt schnell in einem eisigen Überrest ihres Getränks weißt du sie stockt und nimmt erneut Luft erinnerst du dich daran was gestern Abend passiert ist ein bisschen wohl mir gerunzelt mit der Stirn ich bin mir aber nicht sicher als denkst du jetzt über mich fragt Julia er hält inne um nachzudenken ich weiß nicht ich mag dich immer noch sehr sogar aber es ist sicherlich eine andere Art von Gefühl als in den letzten Monaten das ist genau das was ich fühle er läuft schlagartig was im Teufel ist passiert Julia lehnt sich zu ihm hält seinen Blick senkt ihre Stimme ich bin mir selbst nicht sicher aber ich hab da eine Theorie vielleicht und ich weiß dass es wild klingt aber hör mal zu vielleicht haben uns unsere Teile die sich in den anderen verliebt haben gestern Abend verlassen sie drehten sich von dieser Welt machen sich ihre eigene und die Zeitschleifen immer und immer wieder einen bestimmten Moment durchgehen Romeo schaut ihr lange in die Augen und fängt an zu lachen du bist eine völlig verrückte Frau weißt du das das ist das ist wirklich du bist nicht mal einmal jemand und der Cypher und Fantasy mag oh halt die Klappe sie schnauft ihn an verschreckt ihre Arme während sie sich zurücklehnt nein 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 ernsthaft bringt er er mit der Hand zu die Tat aber dass diese Theorie aus deinem Mund kommt ist verrückter als die Theorie selbst ihre Lippen zucken und dann lacht sie mit ihm und vor einem herrlichen Moment im Moment ist die Luft gefüllt mit reiner und unkompliziert guter Laune als das Lachen nachlässt stellt beide fest dass sie nicht aufhören können den anderen anzugrinzen und es ist wunderschön und genauso wie es früher war ein Gedanke kommt Romeo in den Sinn und er öffnet seinen Mund Julian zeigt sofort mit dem Finger auf ihn halt die Klappe er schließt seinen Mund grinst aber weiter die Hände hilft bei der Kapitulation du kannst nicht behaupten dass es nicht möglich wäre verteidigt sie sich mit den Achselzungen Romeo neigt den Kopf nichts ist unmöglich also was jetzt was jetzt ich meine was passiert denn jetzt mit uns er schaut sich um zuckt mit den Schultern wir leben einfach normal schätze ich es ist Monate wenig Jahre her seit ich mit dir so offen die ehrlich sprechen konnte es fühlt sich klasse an sie lacht und es ist so viel einfacher als früher ja ja ich weiß sie lächelt ihn an also dann ist alles in Ordnung mehr als in Ordnung schätze ich antwortet Romeo gutes Argument Julia nickt gut gemacht danach geht das Leben für Romeo und Julia weiter sie sind immer noch gute Freunde sie beide haben ihre Liebe gefunden Leute ihre Interessen teilt sie nicht dazu zwingen viele Dinge im Leben zu opfern und ihnen dennoch das Gefühl geben die glücklichste Person der Welt zu sein sie werden zusammen älter als gute Freunde nicht als Liebhaber nicht Freundschaft plus was ist mit dem Romeo und der Julia die voll Liebe voneinander brennen geehrte Leserschaft ich kann euch etwas sagen dieses Paar ist jetzt in dieser klaren und perfekten Nacht immer noch auf der Bank im Park sie werden dort bis zum Ende der Zeit bleiben auch das erinnert mich auch ein bisschen an der Darkness also das Spiel der Darkness als sie ja Shaggy und Jenny dann auch diesen perfekten Augenblick noch haben als sie in einem Apartment sitzen gucken sich den Film und sie ist eingeschlafen in seinen Armen das war für ihnen sein perfekter Moment und dann im zweiten Teil als sie nachher schon tot war und er sich dann zurückerinnert als sie getanzt haben in so einem Café oder was das gewesen ist und sie getanzt haben das war auch für ihnen auch sein perfekter Moment gewesen den er nicht vermissen will als sie einfach nur getanzt haben und verschlungen waren und naja das war dann auch so ein perfekter Moment den sie immer haben wollen oder vom ersten Teil des Spiels am Ende als er ihren Geist wieder getroffen hat und auf der Parkbank er auf der Parkbank war mit ihr sie saß und hat seinen Kopf in ihren Schoß gelegt und das war auch so ein Moment wo er gesagt hat Shaggy die nicht reden lasst uns einfach diesen Moment genießen vorüber wo es genauso ist wo dann der Moment sage ich mal weil sie erst mal perfekt war sie haben sich wieder getroffen und naja oder halt vom Ende vom zweiten Teil wo sich entscheiden konnte sag ich mal mit der Lüge zu leben dass man bei ihr ist in einer Traumwelt dass man mit ihr zusammen ist als perfekt in Anführungszeichen im Moment oder dass man versucht sie zu retten oder auch mit dem perfekten Moment bei How I Met Your Mother als hier die eine keine Ahnung wie die hieß als täte hier die eine Bäckerin Konditorin als sie erst sagt nein als sie sich kennengelernt haben wo sie noch nicht wussten wie heißt die andere Person als sie sagt nein jetzt haben wir uns einmal geküsst wir wissen nicht den Namen von der anderen Person wenn das nichts wird wir sehen uns nicht wieder das ist der perfekte Moment daran kannst du immer wieder anknüpfen und denken das kann uns keiner nehmen das ist der perfekte Moment so ungefähr kann man das jetzt sagen äh wo war ich jetzt gewesen genau sie haben ihre eigene Welt geschaffen ohne dass andere Menschen sich einmischen urteilen und Kompromisse erzwingen für einen Rest der Ewigkeit werden sie einander und ihre reine naive junge Liebe haben und nichts wird das jemals ändern einige Leute sagen dass man in einer klaren Nacht mit dem Versprechen des Morgenregens mit dem Milchstraße über den Himmel fließt und der Vollmond niedrig hängt ein junges Paar auf einer Bank im Park sitzen sehen kann aber nur aus dem Augenwinkel und nur wenn man Platz für Romantik seiner Seele hat ob das wahr ist fragt man mich spielt das eine Rolle antworte ich sicherlich spielt es für niemanden sonst auf der Erde eine Rolle und es spielt für die beiden auf jeden Fall keine Rolle so vielen Dank die kostenlose Testversion für unsere Belestrick das Belestrick Bereich ist beendet hat dir der Inhalt den wir für dich bereitgestellt haben gefallen erhalte unser Belestrick Abonnement für 5 Dollar im Monat oder unser Premium Abonnement für 10 Dollar im Monat mit Zugriff auf alle Inhalte mit deinem Inhalt unterstützt du qualitativ hochverdeckend unvoreingenommenen Journalismus und bietet jungen Schriftstellerinnen ein Publikum und auch mich kann man mit einem Abo unterstützen auch mit Likes und Kommentaren und wenn man Videos teilt und ich habe es endlich geschafft das vorzulesen so es geht genau immer noch um Neil der ja schließlich in New York ist wohl an der Mission arbeiten haha ja wahrscheinlich Neil hat dort mehr Chancen als hier naja meine Lieben wir machen uns auf den Weg oh was so früh schon ja vor zwei Folgen oder drei Folgen gut das ist die dritte Folge von der Volllesefolge also gut wir sind schon seit Stunden hier und haben zugehört wie dieser Typ hier irgendwas vorliest und wir naja und müssen morgen arbeiten in Ordnung passt auf euch auf viel Glück mit deinem Roman danke wir sehen uns Hochi bis bald die beiden sehen glücklicher aus als an dem Tag wo ich sie das erste Mal getroffen habe wirklich glücklicher es ist schwer jemanden zu finden bei dem er sich direkt wohl fühlt vor allem in so kurzer Zeit ja naja sorry dass ich dich nicht beachtet habe bei Bailey's kein Problem ich fühle mich nicht ignoriert bist du heute alleine hier nein ich werde auf Lur sie ist noch auf Arbeit so spät am Abend ja sie hat die letzten Tage Überstunden gemacht wie läuft's bei euch es könnte nicht besser sein genau genommen und das nach 10 Jahren wenn wir nächsten Monat zusammenziehen wow gratulation weil ich dachte Lur wohnt mit einer Mitbewohnerin zusammen wir ziehen in eine neue Wohnung Lur hat eine Beförderung bekommen ihre Firma hat ihr eine Wohnung angeboten wow sie muss ein hohes Tier auf Arbeit sein naja sie verdient auf jeden Fall mehr als ich das ist nicht schwer Bailey's das sagst du als gleichgesinnte Freiberuflerin oh da kommt sie Bailey's es tut mir so leid ich dachte nicht dass es so lange dauern würde ich hatte geplant dass wir schon früh Liebling alles gut Freya und Hochi haben in der Gesellschaft gelastet oh hey Freya und Hochi sorry dass ich hier ohne Begrüßung reingeplatzt bin wie geht's ich werde ja gut sagen aber nicht so gut wie bei euch beiden Turteltäubchen du hast es ihnen schon gesagt nur der Teil mit der Wohnung hihihi wie ihr gehört habt ziehen wir zusammen wohin ach nicht weit weg naja meine Familie äh meine Firma stellt die Wohnung also wollen sie natürlich nicht dass ich viel pendeln muss gut durchdacht das heißt sie müssen einfach keine Fahrtkosten erstatten oh ja das auch und das heißt auch dass wir öfter das Café besuchen können boah mehr Umsatz auch ein guter Punkt wir haben dem Café viel zu verdanken kein Ding ich habe eine Frage an euch beide schieß los das letzte Mal als wir uns gesehen haben hattest du vor Bettys deinen Eltern vorzustellen? wie ist das gelaufen? nun ja ihr Vater hat mich zumindest nicht umgebracht immerhin hat Papa dich mitessen lassen das passiert selten weißt du ich weiß und sie haben nicht nein gesagt was schon gut ist das war ein guter Start wirklich ein guter Start naja Baileys wir müssen los sonst verpassen wir wieder den Anfang geht ihr aus? ja wir schauen uns die Abendvorführung von Full Metal Conflict an ich hätte nicht gedacht dass dir FMC gefällt nur nicht so sehr wie dieser Typ FMC mag hey du hast mir ja immer gerne beim Spiel zugeschaut ich habe dich gerne angeschaut nicht das Spiel zu schade dass ich dir Möttel nicht vorgestellt habe sie hat an dem Spiel gearbeitet wirklich? wirklich? oh wow jetzt muss ich das Café wirklich öfter besuchen dann werde ich sie bestimmt noch einmal treffen bestimmt auf mit euch Turtel-Täubchen ihr wollt den Film doch nicht verpassen oder? ok wir sehen uns später Freya tschüss Hochi genießt den Film und sie feigt sich immer noch einen ab da gingen sie fort ich freue mich so für die beiden sie haben zwar noch einiges vor sich und viele Hindernisse auf dem Weg aber es geht voran ja wie sie ihre Geschichte schreiben so wie sie passiert ist sie ist schon romantisch genug und hat genug Drama haha so könnte man das auch sagen naja was schaust du mich so an? dass mir noch nichts über die anderen Leute hier erzählen wie geht's denen? du warst noch 10 Tage nicht hier was erwartest du? komm schon sie waren ein wichtiger Teil meines kreativen Prozesses naja ein paar Neuigkeiten habe ich erzähl erzähl wo soll ich anfangen? Lua besucht das Kaffee jetzt öfter da es in der Nachbarschaft liegt während des letzten Besuchs wurde schon über das Catering und die Öffentlichkeit geredet Heide ist von seiner Reise nach Korea mit Geschenk wiedergekommen einige besonderer als andere er würde zurück nach Siedel ziehen wenn sein Management es zuließe das Spiel Ag verarbeitet weiterhin an der Universität sie arbeitet noch immer an kleinen Indiegames mit dem Unterschied dass sie jetzt nicht mehr alleine ist mit Mörtel zusammen ach Neel Neel ich habe nur 2 Postkarten von Neel bekommen in denen etwas über das Superheldenzüchten geschrieben ist Reg ist jetzt wieder im Aufnahmestudio und bereitet die erste Soloalbum vor sie hat ein neues Management gefunden eine Legende die zurück in die Industrie geht natürlich ihr Vater und schließlich Freya sie hat ihr Buch beendet wurde verlegt und hält jetzt Signierstunden ab es wird ein Bestseller selbst eine Federflage verkauft sie schnell und es wird verfilmt werden sie arbeitet jetzt mit irgendjemandem zusammen es geht zu schnell die Schrift Coffee Talk ein Spiel von Torge Productions und ich habe es allzu geschafft ich habe aber nicht gedacht dass das die letzte Folge ist also es quasi die was soll ich sagen Folge 3 von ich lese eigentlich nur vor als auch gleichzeitig das Finale von diesem Spiel was wiederum bedeutet ich werde dann noch eine Bonus Folge machen weil ich ja noch diese Comics euch mal zeigen möchte und naja ein bisschen vorlesen möchte und zeigen möchte das mache ich dann als Bonus Folge weil das jetzt noch hier noch ran zu hängen bringt nichts aber in diesem Sinne vielleicht hat euch das ja trotzdem etwas Spaß gemacht und ihr könnt ja trotzdem eure Meinung sagen wie ihr das Spiel an sich gefunden habt und auch meine Kommentierweise ich meine ja ich bin wahrscheinlich recht speziell so wie ich kommentiere und spiele das muss ja nicht schlecht sein unbedingt ist halt je nachdem was man von Geschmack hat was steht da Katzen der Entwicklung nur TJ Bailey ist okay aha naja und wie gesagt ihr könnt eure Meinung sagen wie ihr das ganze gefunden habt kommentiertechnisch und das Spiel und so und könnt das Video natürlich gerne bewegen aber was erzähle ich denn eigentlich gar nicht bewerten und den Kanal abonnieren wenn ihr gerne auch mehr sehen wollt auch andere Videos natürlich und besonderen Dank an Rachel Florencia und Brigitte Arena und Chris Wulff und Brian Queck und Georgi und Thomas Olson und Zach Eggman und Level Up KL und ja wie gesagt ich werde noch eine Folge dann machen hier was dann halt dann die Bonus Folge ist wo ich dann halt nur noch die Comics vorlese die es halt gibt und ja das war's dann und von dir aber das ist das Spiel schon weiß hätte ich wirklich gesagt nicht gedacht ich hätte eigentlich gedacht da kommt noch ein bisschen mehr also mehr jetzt in Anführungszeichen oh neue Errungsschaft oh vielleicht geht's doch wieder weiter willkommen unbekannt Arzt Hallo Oji guten Abend daher ähm haben wir uns schon einmal gesehen ich glaube sie sind das erste mal hier natürlich war schon mal hier ich habe sogar schon mal hier gearbeitet was? das ist nie oder was? warte nie im Leben bist wirklich du das? es ist schon eine Weile her du hast dich verändert wirklich zu vielleicht zu sehr ich konnte viel lernen indem ich mit euch Leuten zusammen gelebt habe dann kann ich annehmen dass es ein Erfolg war mehrere Erfolge und ein neues Aussehen ich versuche nur mich anzupassen es scheint als wäre die Einwanderungsbehörde hinter mir her jetzt da du das erwähnst war hier mal jemand der dich gesucht hat wann? ach nicht lange nach deinem zweiten Besuch da glasst köpfige Typen anzug ja dieser FIRE Agent du hast ihn gesehen? ja glücklicherweise habe ich danach mein Aussehen geändert übrigens du kannst mit dem Theater aufhören du hast es also ähnlich bemerkt ich werde glauben dass deine Kraft aus meiner Art entstehen kann du hast es aber gut überspielt es hat einige Anläufe gebraucht aber es gibt einige Zeitlinien wo ich wo ich vergessen habe vorzugeben dass ich über einige Sachen nicht Bescheid weiß hoch interessant jetzt frage ich mich was das für Fehler waren naja es ist einige Male passiert zuerst als Freya mir von ihren Treffen im Abzug erzählt hat dann als Rachel das erste Mal das Café besucht hat und das letzte Mal als du das zweite Mal hier warst huh? oh nochmal direkt nachdem Freyas Entwurf genehmigt wurde kannst du mir das zeigen? Phase gesetzt du weißt mit meiner Art zu kommunizieren das weiß ich nicht aber versuchen wir es mal dass du die Hauptsache durchgespielt aber du hast noch nicht alles erlebt dass der Lara zu Bord jetzt derzeit ist das alles aha also wie geht es jetzt noch weiter? oder wie soll ich das jetzt verstehen? können wir uns die Bilder nochmal ansehen hier ja ich wollte die Folge eigentlich melden aber naja gut jetzt können wir uns das mal ansehen wie das Acqua hier ist ein neues Bild hier als die bei dieser Computermesse waren Spielemesse waren die in diesen Fotodings waren dieser Kabine das Bild haben wir schon weil da kein Pünch dahinter ist hier ist ein neues Bild von Rachel hier ist ein neues Bild von Rachel die Fingernstunde da bin ich jetzt gelandet hier das wirst du dich größer machen hier ist der komische Ingwer was der ein Geschenk war Ich werde jetzt noch mal alles durchgucken, was es hier alles gibt. Das finde ich nicht schlecht, solche Bilder hier. Muss ich sagen, wenn ich mir das ansehe, denke ich mir teilweise, könnte ich auch selber mal nehmen als Vorlage, wenn ich mir das selber mal wieder zeichnen möchte. Ja, ich habe eigentlich als Hobby eigentlich auch, dass ich zeichne. Also nicht jetzt. Ich brauche immer eine Vorlage wie hier zum Beispiel. Nicht abhauschen, sondern als Vorlage, dass ich das dann freihand abzeichne. Aber halt als Vorlage. Ich kann das nicht aus dem Gedächtnis selber zeichnen. Nicht schlecht. Ja, jetzt sage ich nicht allzu viel, weil... Ich habe hier eine frühere Zeichnung wahrscheinlich, wie es immer aussehen sollte hier. Rätschel, eine andere Haarfarbe und ein riesen Dekolleté. Hier sieht man so ein anderes Zeichnen, wie man es sieht. So wurde durchsprünglich geplant gewesen, wie es aussieht. Mit einem anderen Haarfarbe, wie gesagt, musste diese Zeichnen. Die ganzen Mimiken und Gestiken, die sie hat hier. Da steht alles drunter. Zack, zack, zack. Weil sie ist ja meistens da gewesen als Hauptfigur mit. Auch wie man es aussieht, verschiedene Zeichnungen hat. Da sieht man hier Konzepte. Mit Brille, auch verschiedene, wie man ihn zeichnen wollte. Genauso ein bisschen, wie man ihn zeichnen wollte hier. Da sieht man genauso, verschiedene Zeichnen, wie soll der mal aussehen. Da sieht man genauso. Das haben wir eben gesehen hier. Wie es immer aussehen sollte eigentlich. Was ist eigentlich nicht? Da bist du eigentlich. Ja, ein bisschen, wie sieht das aus. Aber ein bisschen, dass die anders aussehen. Hier nur. Also das finde ich schlecht. Also die Skizzen hier, das muss ich sagen, finde ich nicht schlecht, ja. Sind die auch noch anders aus, die ganzen Figuren hier. Ah, ja. Ah, schon nicht schlecht. Hab ich gesagt, ob es jetzt hier noch weiter geht eigentlich, das muss ich sagen können. Können wir das jetzt weitermachen? Weiß ich jetzt gar nicht, wenn das heißt, die Geschichte geht eigentlich weiter, weil hier steht halt da, Spielfortschritt ist halt, man sieht noch nicht komplett fertig, jetzt muss ja eigentlich noch irgendwas kommen. Ah gut, jetzt werde ich die Folge wirklich beenden. Also vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr keine mehr so wollt oder andere Videos und in der nächsten Folge werde ich dann erstmal euch die Comics zeigen, als Bonus-Folge und vielleicht werde ich noch ein bisschen Bonus machen, wenn ich jetzt hier herausfinde, ich muss im Internet einfach ein bisschen nachsehen, wie es dann hier weitergeht, dass ich dann, wie gesagt, vielleicht sogar wirklich noch weitermachen kann, in dem Sinne, dass man dann die Geschichte vielleicht fortsetzen kann, wie als Agentur. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.